Servus liebe 96 Fans hier aus dem wunderschönen Thermenstadion. Tag 6 des Trainingslagers läuft, heute stehen wieder zwei kräfteraubende Einheiten für unsere Boom auf dem Programm und wie sich unsere Jungs dabei geschlagen haben, das seht ihr hier bei 96 TV. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Servus, ciao, euer 96 TV. Wir sehen uns beim nächsten Mal.